Hallo liebe Zuschauer, haben Sie am Wochenende schon etwas vor? Falls nicht, würde ich Sie gerne nach Bad Meinberg einladen. Von Freitag bis Sonntag moderiere ich das Kulturfestival Thailand in Lippe. Was es dort alles zu erleben gibt, das erzählt Ihnen Mitorganisator Andreas Biere. Andreas, was erwartet denn die Besucher vom 12. bis zum 14. August 2011? Ja, wir kennen dieses Land seit über 20 Jahren, sind sehr begeistert von diesem Land, haben unser Herz verloren in diesem Land. Und dieses möchten wir versuchen den Besuchern wiederzugeben durch viele kulturreiche verschiedene Veranstaltungen. Es fängt an am Freitag mit einem tollen Gourmetabend, verbunden mit Kultur während des Gourmets. Dann am Samstag verschiedene Vorträge, interessante Vorträge, Medizin, Buddhismus, wie auch Kochkurse und auch Abendschoß, Tanzveranstaltungen. Und auch am Sonntag weitgehend eine Tambul-Zeremonie. Buddhistische Muttertag ist zu dem Zeitpunkt, es wird ein Muttertag-Vortrag erhalten und am Nachmittag auch eine große Parade der Vielfalt. Also es ist eigentlich alles dabei. Das, was man in Thailand original erleben kann, wird man in Bad Meinberg zu während diesen drei Tagen auch wiedergeben und erleben. Ab Freitagnachmittag werde ich durchgehend bis Sonntagabend moderieren. Freitag und Samstag bis Mitternacht, denn Thailänder feiern gern. Drei Tage lang werden wir Thailand für Sie nach Deutschland holen. Tagsüber ist das Programm kostenlos und damit Sie vorher schon ein paar Eindrücke von der exotischen Gegend bekommen, zeige ich Ihnen hier ein paar schöne Impressionen. Tagsüber zum Beispiel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020